Also, herzlich willkommen! Anonym, keine Verbindung, alles klar. Gut, wir sollten einfach mal, ich hab keine Ahnung was ich hier gerade tue, wir spielen anscheinend ein Spiel, ja, das nennt sich Frontline Tactics. Frontline Tactics, ja, und alles klar, alles klar. Wir fangen mal an, indem wir uns einweisen lassen und mal schauen, was wir eigentlich so können. Ja. Ruhlausbildung, typisch. So, der hat ne Maschinenpistole. Vanitäter haben wir. Wettt. Zur Hölle. Ja, gut. Ich glaube, wir sollten einfach mal loslegen. Nehmen wir einfach mal spielen. Und mal schauen, was eigentlich so jetzt hier funktioniert und wie und was. So, Einsatzinfo, äh, Pisa Fischertorf. Gut, los geht's. Einfach mal rein. Beide nehmen wir. Mal sehen, ob das klappt. Ich seh jetzt schon, wir haben 100 Verluste. So, komm über das Meer zur Stadt und eliminiere alle Bedrohungen. Okay. Sehr niedrig. Mhm. Na, sehen wie niedrig sie ist. So, wir spielen hier ein bisschen mehr Taktik jetzt. Das steht fest. Und das heißt auch, wir müssen intensiv natürlich agieren hier. Okay, mal sehen, was wir jetzt... Ja, ey. Wie sehr. Okay. Die Steuer muss ich noch klarkommen. Okay. Hier hin. Feuer. Oh. Na super. So, funktioniert das also. Okay. Wollen wir mal schauen, wie das funktioniert, das Ganze genau. Jetzt haben wir noch ihn. Ja, bringt gerade nichts. Können wir nicht machen. Alles klar. Zug beenden. Oh, die Nackenschelle. Alles klar. Gut. Geben wir hier hin. Alles klar. So, hab ich mir das nicht vorgestellt. Uff, jetzt sind alle weg. Wird nichts. Zug beenden. Zug beenden. Oh. Also noch mehr. Scheiße. Warum kann mein Zug eigentlich kein Gegenangriff machen? Wie komm ich vorwärts? Ah, so. Gut. Er ist weg. Gut. Feind tot. Du rennst hier hin. Dann gibst du ihm eine Salve. Ah, der kann Gegenangriffen machen. Ich verstehe. Das, was ein anderer nicht kann, kann aber er. Na toll. Au. Das ist eine Menge Schaden. Geh mal hier hin zurück. Alles klar, kann ich auch den hier. Gut. Beide. Bingo. Bingo. Das ist super. So macht man Multikills. Können wir nur mal schauen. Ne, den bewege ich nicht. Oh, da ist noch jemand drin. Okay, verstehe. Verstehe. Erstmal hierhin stillen. Feuer. Beide tot. So. Kommen wir nur auf den Sniper, den Scharfwitzel da vorn. Warte. 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 Alarm. Alles klar. Der Typ wurde weggesprengt. Wow. Wir haben es geschafft. Okay. Verstehe. So, funktioniert das Ganze. Mhm. Lötung mit vier. Okay. Ja. Slidenfack. Warte, ich möchte mal kurz die Talente anschauen, ob ich da irgendwas machen kann, weil man kann ja hier anscheinend upgraden. Da schauen wir uns mal das Ganze an. Ja. Wow. Ich muss alles erst freischalten. Scheiße. Gut. Heran. Deutlich. Müssen wir erst nochmal ballern. Nochmal einen Kampf führen. Und der Einsatzort ist dieser. Ja. Los, alle Mann. So viel wie geht. Angreifen und vernichten. Ja. Ja. Okay. Ich muss nochmal mit klarkommen. Nein. Jetzt kommt erst die Deckung. Mhm. Verstehe. Verwundet. Okay. Wir haben noch keinen entdeckt. Am besten finde ich eigentlich nur die Soundeffekte. Ja. Ich wollte nur, dass sie noch auf Deutsch sind. Die ganze Zeit. Gott. Nein. Das will doch keiner hören. Gut. Oh. Du kriegst jetzt einen Kopfschuss. Schon gewusst. Du musst doch nicht ernsthaft jetzt ballern. Oh. Dann super. Gut. Die Kamera rutscht immer weiter nach hinten. Beide weg. So. Nice. Headshot. Gut. Dann schauen wir mal. Wie kann man jetzt vorkommen. Bestenfalls. Okay. Das ist nicht so geil. Nein. Hier hin. Wir haben jetzt noch einen schönen Schuss abbekommen. Der freut sich. So. Dann. Rücken wir mal vor. Au Ich dachte eigentlich, ich könnte schießen Gut Dann kriegst du jetzt eine Salve Noch wer? Gut, doch nicht Das war's schon Ich dachte, es kommt noch was Ja gut, kann man das hier skippen? Wenn du Moment, niemand erzählen Aufsperren Wow Also wenn der Zugang zum Shop nicht funktioniert Dann scheiß drauf Mach mal ohne Anscheinend funktioniert der Zugriff nicht auf dem Shop Und deswegen Müssen wir halt so machen Oh, nochmal an der Küste Ist jetzt härter Muss ja Wahrscheinlich ist es jetzt einfach nur härter Okay, das möchte ich nicht Ich bin gar nur mit der Steuerung Also Ganz ehrlich Die ist konvertiert Das geht nicht klar So, jetzt versuchen wir Diese Soundeffekte Mal ehrlich Au So, da gibt es den beiden jetzt nur eine richtige Salve Au Au Ich hab ja nix Headshot Aber halt so Anders geht's nicht Hat er ihn nicht bemerkt? Ah Verstehe Ja, da hat er sich drüber gefreut Er wurde gerade exekutiert Diesmal ist mein Umg-Schütze Ziemlich Down Sagen wir mal Jetzt ab hier wird's schwierig Mit Tarnung Weil ich kann nicht durchs Wasser gehen Noch kein Gegner entdeckt Jetzt ist nur noch die Frage Hat mich der Gegner schon entdeckt? Ne? Kann man ja noch nicht sagen Noch Ah, Feind gesichtet Alles klar Als ob der sich so hinstellt Wollt mich doch verarsch So, beenden Okay, der Gegner hat noch ein paar Leute Let's go Okay Das ist jetzt natürlich super So Jetzt gibt's den Nackenschelle Au Der muss weg Wird denn der hin? So, von da aus Schuss Als ob der mir zwei Schüsse geben kann Nice So Down ist er Kommt noch der Typ an Okay Wird's heißt Ab in Deckung So Fenster können wir nicht Steigen, ne? Hätte ja sein So, machen wir eine Granade Hast du nicht mitgerechnet Super Klappt immer Mit den Worten Hast du nicht gerechnet Funktioniert das immer Hab ich schon oft getestet Sagst du deinem Feind Ja, hast du nicht mitgerechnet Und dann hat er nicht damit gerechnet Dann war er schon tot Das funktioniert dann auch Bin ich mir ziemlich sicher Nein, das wollte ich jetzt nicht Nein, ich wollte jetzt Nein, lass mich doch raus hier Ich will nicht So Äh, nämlich Ich möchte jetzt mal schauen Jetzt haben wir nämlich genug Geld Für irgendein Attribut Aha So, was nehmen wir denn? Komm Du hast jetzt ein Schlafschützengewehr dabei Du hast Nichts Du bist Wir bist Du bist der im Sturm Jetzt spielen wir nochmal Jetzt bin ich ready Weil wenn jetzt jemand Stress will Der kriegt noch's mal Jetzt hab ich die richtigen Dinger dabei Desert Oasis Wann mal sehen Wohin senden wir unsere Typen? Oh Äh, das ist weniger Ausweis Ich dachte Eigentlich mehr, warte Und der Feind greift mich sofort an Verstehe Oder auch noch nicht Er ist blind Oh, da hat er auch eine Sniper Das ist, uh Das ist aber Ei Das ist aber scheiße Wow Jetzt sind wir richtig gefickt In den Nacken Au Wir müssen eindeutig den Typen da rausholen Der wird sonst dann gepistet Ja, wunderbar Triple Damage Okay Weg So Der Nächste Den holen wir uns gleich Das ist aber so Multi Damage Multi Kill Man könnte es nicht Okay, jetzt sind wir wirklich da Okay Wir haben einen Mann verloren Oh Was wir jetzt tun sollten Ist in den Guggen Irgendwas mit Deckung nehmen So Können wir sofort töten Den nicht Den nicht Den hier Der hat ein Maschinengewehr Der ist eine größere Gefahr Au Okay Das hat uns selig gemacht Dann versuchen wir es nochmal Wiederholen So Diesmal aber weiß ich jetzt Dass da hundert Leute gefühlt stehen Also Ich Wirklich nicht gerechnet Weil das waren ja wirklich viele So Okay Der Feind rennt uns diesmal Noch mehr vor die Flinte Und Macht es noch interessanter Wir sehen je Also so habe ich mir das nicht vorgestellt Ja Also ich sagte Ne Ihr sollt mich mal zeigen Äh Kann ich zurücksetzen Weil das wollte ich jetzt nicht Okay Das war nicht so wie ihr wartet So Stellt es dich hier hin Und Äh Kannst du nicht schließen Scheiße Das ist natürlich schlecht Der hat eine Full Body Die Fits Gut Der hat die gleich down Der ballert seinen teammate in den Rücken Und Und Dann war es Schwung vorbei Au Das gefällt mir überhaupt nicht auf der Distanz Kreuzfeuer Okay Das ist Hart Alles klar Mit einer Sniper in den Nacken Er überlebt's Der Typ Der ist ready Gut Jetzt probieren wir das ganze nochmal Ich sehe schon Weg die Bereich Und in der Waffe Scheiße Ich weiß schon Hör auf Alles klar Die Typen geben uns Schellen Aber richtig Okay Wir sollten jetzt hier hingehen Granate Haha Da war es mit denen Das nenne ich Die sahen uns nicht Komm Alles klar Sie haben aber trotzdem Haben wir eben verloren Das möchte ich nochmal probieren Das ist jetzt Schon deprimiert Kann ich nicht wiederholen Scheiße Das ist jetzt